So, und da sind wir wieder. Ich habe mich gerade mit einem leckeren Chili-ähnlichem Gericht gestärkt. Also ich habe irgendwie alles mögliche mit Hack zusammen gemacht und Tomatensauce und es war sehr lecker. Und Lecho war auch gut. Kann ich nur empfehlen. Jetzt bin ich wieder ready for action. Ja, du hast gut gemacht, Amy. Ich denke, du wirst hier einfach gut gehen. Aber verstehe das. Kommit zu dir, um die Resistenz zu helfen, ist nicht eine Laufung gemacht. Wir brauchen deine volle Kooperation und Transparenz. Keine Zegräume oder Lüge. Ich mache mir selbst klar. Okidoki, crystal clear. Clear like vodka. Aha. Ne, nehmen wir das erste. Ja, ziemlich klar. Also ich glaube, es gibt mehr Arbeit, die zu tun haben. Komm mit mir. Oh, wir dürfen weitergehen. Und das durften wir nicht sehen. Danke, dass wir unsere Bewerbungen helfen können. Wie ihr wahrscheinlich wisst, hat die Bewerbungen lang gedreht, was unsere Progresso verhindert. Aber ich denke, mit deiner Hilfe, können wir einfach ein paar Veränderungen initiieren. Was ist es, was du in der Idee hast? Das Letzt, das du uns gebracht hast, kam von unserem Kontakt in der Ministry of Medicine. Es hat extrem wertvolle Informationen. Naja, was soll ich tun? Das Milton, wer war er? Warum hat er mein Vater gemacht, hat er zu glauben? Wie ich schon erwähnt habe, er war unsere Bewerbungen in der Ministry of Energy. Mit seiner Hilfe, wir konnten uns auf die Kontakt in der Ministry of Medicine. In den ersten Zeiten der Rebellion, Milton hat auch die Bewerbungen gesammelt, als die Bewerbungen. Aha. Sie waren gute Freunde. Ich habe mich selbst nie kennengelernt, aber meine Verständnis ist, dass er nur so loyal als Milton war. Lassen sie beide, hat ein Blut. Ich denke, wir werden es auch machen. Nach allem haben wir dich jetzt. Du hast gesagt, mein Vater war mit der Rebellion in den ersten Zeiten. Warum hat er es nie gesagt? Das hat mich nicht überrascht. Der vorherige Versuch auf eine Rebellion war mit einer schrecklichen Verkaufung. Sie haben nicht so weit gelaufen, bevor sie von der Aristokratie herausgefunden sind. Dein Vater und Milton waren die einzige originalen Mitglieder, die unheimlich geholfen haben. Es hat uns sehr lange Zeit genommen, um zurückzukommen. Aber ich will, unsere Vorfatherschen zu verhindern und zu der Justiz, die sie umgebracht haben. Alter, es geht ja richtig ab draußen. Naja, okay. Ich habe hier übrigens einen leckeren Tee zum Verdauen quasi gemacht. Da freue ich mich jetzt gleich schon drauf, wenn der ein bisschen abgekühlt ist. Wenn du so gegen die Regierung bist, warum benutzt du das Minister der Medizin-Symbol als dein Kode, um hier reinzukommen? Das ist genau das, was die Aristokratie erwarten würde. Wir haben unser eigenes Symbol haben, würde es uns leichter finden, wenn sie herausgefunden haben, was es war. Manchmal ist das beste Weg, um Dinge zu schützen, um sie in plain sight zu setzen. Kannst du mir erzählen, was ich zu finden habe? Unsere Kontakt wurde nicht ablehnt, um die exakten Details zu verhindern, in case die Leder war intercepted. Aber wenn die Information, die er uns gefordert hat, ist, bedeutet das, dass die Regierung etwas sehr wichtiges zu verhindern, was mit der Green Lung-Vaccine zu tun hat. Wenn du das konfirmest, wird es genau das, was wir brauchen, um die Regierung's Lüge zu verhindern und eine Revolution zu verhindern. Was ist das, wenn es ein falsches Lied sein? Es wird nicht. Mata, nein. Draußen ist voll das Unwetter. Sorry, aber es ist unglaublich gerade. Und was ist der Plan, um mich in die Ministry of Medicine zu verhindern? Eine excellente Frage. Kennst du, wie die Wealthe haben Kontraste mit der Aristokratie, basiert auf ihren Unterstützung, wenn sie zuerst formten? Ich habe eine vage Idee, sicher. Wenn eine Regierung zu verhindern, ob die Green Lung-Vaccine zu verhindern, würde die Aristokratie nicht zu verhindern, wenn sie einen Doktor zu verhindern. Ich möchte, dass Sie zu Fripp-Square gehen. Meine Sourcen sagen, dass ein Notabel zu verhindern, hat sich vor kurzem Bezug auf die Pläge gezeigt. Sein Name ist Silas Harrison. Er sollte ein Doktor besuchen, sehr schnell. Findet ihr, wann und wo die Besitzung wird. Dann, intercepte die Doktor, entdeckte dich selbst, und in die Ministry of Medicine. Once you've done that, you'll locate the central storage room, where they keep the vaccine supply. I suspect that's where you'll find what we're looking for. Maybe I should write all this down. It's a lot to keep track of. No, I'm sorry, but we can't have a paper trail. I trust you'll be able to make this happen. I know it's complicated and dangerous, but believe me when I say this information will change everything. I guess I should get started. Good. Head over to Fripp Square and find out where Harrison is. That should get you close enough to intercept his doctor. You might also try checking out the Ministry itself. They might have some information on when the doctor is set to make his house call. Once you're in the Ministry, you can identify our contact by using the code phrase. I'm not sure how much help he'll be able to give you, but having an ally on the inside is at least better than nothing. I wish you luck, Amy. Remember that if you succeed, the resistance will reward you in far greater ways than the aristocracy ever could. Und would. Aber okay, gut, dann... Don't waste time with that, Amy. You've got more important things to be doing. Sorry. There's a bunch of stuff scribbled on it. Looks like she's writing down coordinates on that map. A somewhat crude map of the city. Looks like they're planning something near the Ministry of Energy Tower. I know my way around the city. I don't need a map. Shouldn't you be getting on with your tasks? Rule one. Do not talk about the rebellion. Rule two. Do not talk about the rebellion. Sehr schön. I shouldn't interrupt. She's hard at work. Okay. Also, das ist alles hier. Das ist die Rebellion. Bitte. I think it's meant for target practice, not boxing. They must use this for target practice. The Wigan News are a nice touch. She's really good. I've never seen someone's hands move so quickly. I don't want to break her concentration. He's doing a nice job fixing that crossbow. Hmm. Is that an Allen wrench? Yep. Scavenged it out in the wastes. I got lucky. I'll say you did. I've been looking for one for ages. Could let you borrow this one once I'm done with it, if you need it. Okay. He's busy. Hmm. Remember to wipe your feet when entering. There are no maids in this resistance. Ha, Seuss. I should probably leave it where it is. Need any help with that? Nah, I'm alright. He seems to be hard at work on something. Looks like a radio. Mm-hmm. I don't want to wake him. He's sound asleep. Nice to know things are relaxed enough around here that he can do that. Das ist wahr. Hey. What do you want? What's your theory on what's inside the ministry of medicine? Knowing the aristocracy, it could be just about anything. But from what I've heard Danton say, it's definitely something big. Keep on doing what you're doing. Hmm. Na gut, okay. Dann haben wir einen neuen Auftrag. Können wir mit dir nochmal sprechen. How's it going, Clem? Not so bad. See you later. Take care. See you later, alligator. Ugh. Good day to you, Merchant. Go away, you dog. I have nothing to say to you. Now, now, there's no need to be. I just try to make my living here. I have family to take care of, and no help from the aristocracy. Well, if you would just let me. My brother Pavel went out scavenging days ago and has not returned. We're all worried he's dead. What does the aristocracy do? Nothing. Sit in their towers and watch us starve. You're young. You do not remember life before the bombs. It was different. Guards were our friends, not monsters. I appreciate your position, but... Look, I think it's best if you just go. She's clearly upset. Fine. I was here to extend an offer of food vouchers from the Ministry of Resources. But if she feels that way, it's her loss. Good day to you, citizen. I apologize for upsetting you. This is... God, eh? Oh, thank you, Amy. I always get so angry when I see those guards. Hmm. Hello, Mariska. Amy, hello. You really shouldn't make trouble with the guards. I'm not making trouble. It's them who are causing all the problems. You know, as well as I do, you haven't got a brother named Pavel. Well, they need to understand that life's not easy. It's not like they do anything about it anyway. Just try not to get so riled up, Mariska. Who's trying to help you out? The day I take help from those dogs is the day I die. I have to go now. Okay, you come back and see me again soon, all right? Claro. Gut, okay. Oh Gott, ich bin überfordert. So viele. Möglichkeiten, Fripp Square. Okay, den Rest hatten wir. Dann gehen wir erstmal hier hin. Mal gucken, ob wir hier irgendwie was erreichen können. Mein Gott, hier sieht's ja richtig schön aus. Nein, ich... Ach. Wollte ich eigentlich gar nicht. Wenn es nur so einfach wäre. Es ist keine Verwaltung der Ministerium der Energietower. Tiberius really has a great view of the whole city. Mm-hmm, natürlich. I can't get in there with the guard inside. Must be some kind of checkpoint for visitors. Doesn't look like it would be very comfortable in there. Going in there while the guard is around would get me in major trouble. The guard has the door closed. Something tells me that's a good thing. That's a nice statue. Although the base looks a bit unstable. Ah, wahrscheinlich durch den Mundschutz. I can't reach it from down here. Excuse me. What is it, Citizen? Could you tell me about this building, sir? You don't get out much, do you? This is the Ministry of Medicine. They're in charge of all health-related issues in the city. So, this is where people come to get their vaccines? Correct. Entry is by appointment only, I'm afraid. I kind of figured as much. Hm. You know someone named Silas Harrison? Silas Harrison? The name sounds familiar. But then, I see plenty of names on a daily basis. I have to write the name of all scheduled appointments here in my ledger. Don't suppose I could have a peek at your ledger. Afraid not, miss. This is for government eyes only. Natürlich. And, not to be rude, but you don't look like a government employee to me. Ach ja. Nee, das sag ich da bestimmt nicht. Keep up the good work. Have a nice day, miss. Das sag ich dem bestimmt so nicht. Ich mein, gut, die haben ja, äh, einen Informanten da sitzen, aber ich glaube nicht, dass das der Typ da hier vorne ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich mein, theoretisch kann uns, glaub ich, nichts passieren, aber muss ja nicht sein. Ah, Fripp Square. Ich liebe so die schrecklichen Augen, die ich von den Leuten bekomme, wenn ich hier durchgehe. Mhm. Dieser Mann ist das lokale News-Delivernungssystem für die Residenz von Fripp Square. This poster is encouraging people to get vaccinated for Green One, if only it were that easy for everyone. So? This poster is encouraging people to get vaccinated for Green One, if only it were that easy. Hello there. May I help you with something? 지ine Natürlich. Aha. Aha. Will ich ein paar Nachrichten hören? Sehr gut. Jetzt sind die Top-Headlinien die Minister der Energie-Restart-Generator, Terroristen in der Markt-Distrik, mysteriöse Objekte auf der Quarantin-Zone und der Wetterreport. Also, was wird das sein? Was ist der Wetterreport? Du wirst bald herausfinden. Achtung, Bürger! Die folgende ist eine wichtige Nachrichten. Wetterreportungen sind wie folgt. Partlich klingend, mit einer 0%-Einschuldigung. Heute ist die Höhe von 24 Grad Celsius, und die Höhe von 20 Grad Celsius. Das ist die Nachrichten. Bitte versuchte deine normalen Aktivitäten. Hallo da. Kann ich dir helfen? Sehr gut. Behähähä. Ah! I'd like to hear mysterious objects spotted over Quarantine Zone. Right you are. Attention, Citizens! The following is an important news bulletin! This past week, several citizens reported sighting a strange object in the sky over the Quarantin-Zone! Rumors have persisted that it was the Reaper. However, the Ministry of Knowledge insists that this is not the case. Die Aristokratie ermöglicht die Mitglieder nicht zu versuchten von baselassen Ruhmungen und Superstitionen. Das concludes die News Bulletin. Bitte resumme deine normalen... Oh, ich möchte das jetzt jedes Mal... Oh, Gottchen. Kann ich hören... ...vergleich im Ministerium Terrorist... ...und so. Ich möchte die Terroristen, die in der Markets-Distrikte zu hören. Wenn du möchtest. Achtung, Mitglieder! Die folgende ist eine wichtige News Bulletin. Rumors have surfaced of a group of Terrorists, headquartered somewhere in the Markets-Distrikte. Diese Dissidents are to be considered armed and extremely dangerous to public safety. Anyone with information leading to their arrest is encouraged to report to the nearest aristocrat guard. This concludes a new... Hello. Can I hear you? Ministry Terrorists, Rumors, Mysterious and the Webso. What'll it be? How about Ministry of Energy restarts generators? Fine. Attention, citizens! The following is an important News Bulletin. The Ministry of Energy released a report, saying that they have succeeded in restarting 60% of the city's reactors. As a result, more power will be available, starting with the area around Fripp Square. This concludes the News... This is a pretty dramatic statue. I guess that must be the eponymous Mr. Fripp. Wer immer das ist. I can't think of anything I could do with that. He looks fairly lost in thought. Excuse me, sir. Hello, Miss. Oh, what can I do for you? I'm Amy Wellard. It's nice to meet you. Pleasure to meet you too, Amy. My name is Maximilian Huber. But please, call me Max. Do you live around here? Yes, just around the corner. But ever since my wife passed, I like to get out of the house and spend time with my friends. Your friends? The raven? Yes, the ravens. Hm. So, how much time do you spend with your friends? Not all day, but most of it. They are beautiful creatures, aren't they? How those reaper-cultists have turned them into a symbol of fear is beyond me, but to each his own, I suppose. I only wish I had something to feed them with. The poor things look terribly hungry. What do they eat? Anything, really. Meat, vegetables, insects. They're not picky eaters by any means. I'm looking for Silas Harrison. Do you know him? Know him? Not personally, but I know who he is certainly. You wouldn't happen to know where he lives, would you? I'm afraid not. I never had any cause to pay him any social calls at his home. My apologies. Have a nice day, sir. You too, my dear. The Ministry of Knowledge. It's where they keep all the documents and educational materials from before the bombs. Extremely limited access, of course. Of course. There's no way I can just walk in there. I'd have to fill out heaps of paperwork and probably wait years for an appointment. Hmm, super. A little too modern for my needs. Plus, I don't think the people around here would take too kindly to scavengers. Hmm, hmm. And this before this was... Wow, a 2003 Fairway Debutant. I'm surprised, it's still intact. Most of these were gutted for parts of metal in the years after blast day. This is the intersection of Jordan Street and Booth Avenue. Ah, okay, das könnte mir wohl noch hilfreich sein, wa? Okay, Nero, aha. Oh. Das ist ganz nett, wie die ihren Kopf immer so drehen, wenn ich, das ist cool, sehr schön gemacht.